Im heutigen Video stellen wir dir 20 sexy Parfüms für Ladies vor. Los geht's mit dem ersten und zwar Der leichte Vanilleduft Juicy Couture, Viva la Juicy, Yummy! Lolita Lempica, Eau de Parfum, die süße Lakritzbombe Armani, My Way Intent, mein Weg in dein Herz Mugler Angel Muse, die Schokoladen Haselnusscreme Von Pferdstoff das Lira, ein köstlicher Zitronenkuchen Orientiger Schalker, günstige orientalische Blumen in einer Flasche Atkinsons, Oud Save the Queen und dein King is in love with you Jean Bocodier, Skandala Paris, der süße Honigverführer Azzaro Wanted Girl by Night, she wanted a man Gugler Ayan Goudes, und dein Zeus nimmt dich mit zum Olymp Marc Jacobs, Perfect Intent, spiel mit mir Eskada Summer Festival, geh mit mir aufs Karussell Paco Rabanne, Pure XS, möchtest du mein Popcorn sein? Klar! Was sind denn deine sexy Parfüms? Schreib's mir gerne in die Kommentare Und wenn du 20 sexy Parfüms für Männer sehen willst, schau unbedingt in dieses Video rein Bis gleich!